Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Vektor. Das wissen wir noch nicht, was das ist. Was wir aber hier sehen, ist eine Parallelverschiebung. Drei gleich lange, gleich orientierte und parallele Pfeile, die jeweils die Punkte a, b, c auf die Punkte a', b' und c' abbilden. Was hier ein Vektor ist, das werde ich euch jetzt zeigen. Um es kurz zu machen, alle diese drei Pfeile gehören zu einem Vektor. Diese drei Pfeile sind ja alle gleich lang, gleich orientiert und parallel. Und deswegen sammelt man alle diese Pfeile zusammen zu einem Vektor, Vektor v, kleingeschrieben und ein Pfeil drüber. Das heißt, so ein Vektor v besteht eben aus den Pfeilen a', b', b', c', c'. Und würden wir jetzt noch weitere Punkte durch denselben Pfeil abbilden, dann würde man auch diese Pfeile zum Vektor v zusammenfassen. Also, ein Vektor ist immer eine Sammlung. Man nennt das v, klein, einen Vektor. Und das hier sind die sogenannten Repräsentanten, oder anders übersetzt die Vertreter. Jeder von diesen Pfeilen ist ein Vertreter von diesem Vektor. Jetzt wissen wir also, was ein Vektor ist. Was wir aber noch nicht wissen, ist, dass man diesen Vektoren auch Koordinaten geben kann. Der Punkt a hat zum Beispiel die Koordinaten 1,54. Das würde man nebeneinander schreiben. Ihr wisst, wie man die Koordinaten von Punkten benennt. Vektoren kann man auch solche Koordinaten geben. Und zwar schreibt man die übereinander vx, also die x-Koordinate des Vektors, und vy, die y-Koordinate des Vektors. Das sind übrigens alles kleine v's. Nur, wie kommt man jetzt auf so eine Koordinate? Ich schaue mir mal diese Pfeile genauer an. Die Koordinaten von diesen Pfeilen sind 3,5, 1,5. Nur, wie komme ich auf diese beiden Zahlen? Könnt ihr euch noch erinnern? Als wir die Pfeile gezeichnet haben, haben wir doch immer ausgerechnet, wie viele Kästchen muss ich nach rechts, wie viele muss ich nach oben. In dem Fall sind es 2, 4, 6, 7 Kästchen nach rechts. Und 2 Kästchen sind immer eine Einheit. Deswegen sind es 3,5 nach rechts und 1,5 nach oben. Und weil ja alle Pfeile die gleichen Koordinaten haben müssen, weil sie ja zu einem Vektor v gehören, muss das jetzt natürlich auch bei c, c' und Pfeil b, b' gelten. Die haben die gleichen x-Koordinate vom Vektor und die gleiche y-Koordinate vom Vektor. Überall können wir hier das durch Kästchen zählen, hinbekommen und damit die Koordinaten angeben. Nach rechts bedeutet plus, nach oben bedeutet plus. Hätten wir jetzt aber nach links gehen müssen, wäre das natürlich eine negative x-Koordinate gewesen. Und wenn wir nach unten gegangen wären, wäre das eine negative y-Koordinate gewesen. Schauen wir uns das Ganze nochmal in dieser Aufgabe an. Wie komme ich jetzt auf den Vektor oder auf den Pfeil p, p'. Wir könnten das Ganze natürlich jetzt wieder ablesen oder wir versuchen dieses Mal durch Rechnung drauf zu kommen. Es ist ja klar, wenn ich zu meinem Punkt p' möchte, muss ich zuerst schauen, wie viel gehe ich nach rechts oder links. In dem Fall geht es nach rechts. Und danach muss ich gucken, wie viel gehe ich nach oben oder unten. In dem Fall gehe ich nach oben. Und jetzt möchte ich irgendwie drauf kommen, wie ich das hier rausbekomme. Ich könnte jetzt zählen, das sind insgesamt 2,5 Einheiten. Aber woher weiß ich das? Das kann ich auch an den Koordinaten ablesen. Denn hier ist die 4,5 und hier ist die 2. Und dazwischen liegen 2,5. Das heißt, wenn ich die x-Koordinate von meinem Vektor berechnen möchte, muss ich 4,5 minus 2 rechnen. Also den vorderen Teil minus den hinteren Teil. Und wenn ich die y-Koordinate berechnen möchte, muss ich das Gleiche machen. Nur dieses Mal muss ich das oben minus das unten rechnen, weil ich genau das hier ausrechnen will. Wie viel geht es hier nach oben? 4,5 minus 2,5. Ganz allgemein könnte man also sagen, wir brauchen die x-Koordinate von meinem Punkt p' und müssen davon die x-Koordinate von meinem Punkt p abziehen. Und wenn wir die y-Koordinate des Vektors haben wollen, müssen wir die y-Koordinate des Punktes p' minus die y-Koordinate des Punktes p berechnen. Man sagt dazu auch Spitze minus Fuß, denn man rechnet die x-Koordinate des Spitze, des Punktes, wo die Spitze ist, also wo die Pfeilspitze ist, minus die x-Koordinate des Fußpunktes und dann rechnet man die y-Koordinate der Spitze minus die y-Koordinate des Fußpunktes. Wir haben also heute gelernt, was ein Vektor ist und dass der ganz viele Repräsentanten hat und wir haben gelernt, wie man von so einem Vektor oder von solchen Repräsentanten die Koordinaten bestimmt. Immer merken, Spitze minus Fuß, x-Koordinate der Spitze minus x-Koordinate des Fußes, y-Koordinate der Spitze minus y-Koordinate des Fußes und aufpassen, wenn da die Vorzeichen anders sind, wird es trotzdem so verwendet. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Tschüss!